Hier ist Fred von Fettspielen, ich begrüße euch zur sechsten Dota-Partie und der Fettspielen-Clan ist mal wieder am Start. Hier sehen wir es. Fett, Fred, Fett und der Drache, Schizzi und Dennis sind am Start und Master of Dota, den kennen wir nicht, aber der spielt mit uns. Und dann schauen wir mal, dass wir auch mit dem hier eine gute Nummer machen. Okay, los geht's. Ich kann mir erst mal ein paar Items holen, würde ich sagen. Ich fange mal an mit, ich wollte mir irgendwas holen, aber wir sehen gerade, es kommt wahrscheinlich gar nicht so weit, denn unser Gegner ist schon draußen. Ja, schade. Einer ist nicht da, ich glaube, wir spielen hier 5 zu 3 und das wird, glaube ich, dann nicht so witzig werden. So, was wollte ich mir eigentlich holen? Wie hieß denn nochmal dieses Item, wo man den Creeps immer so ein bisschen Lebensgeneration schenkt? Ich verwechsel das immer mit Hood of Defiance, aber das ist es nicht. Es ist irgendwas anderes, was sich so ähnlich anklingt. Ah, die Cloak, nein. Hood, irgendwas. Ah, das ist es. Headdress. Headdress of Rejuvenation. Die will ich haben. Also, nimm die Gegenstände aus dem Lager, bring es mir. Und ich bin mit Schitzi zusammen hier auf der Botlane. Und wir haben das schon am Wochenende ganz, ganz gut gemacht. Haben auch schon mal wieder ein paar Spiele gespielt. Ich habe unglaublich viele Spiele gespielt, ehrlich gesagt, am Wochenende. Ich glaube, so 5 bis 10 Games kommen da auf jeden Fall zusammen. Und natürlich auch viel mit dem Fettspielen-Clan. Und wenn ihr auch wollt, dass wir zusammen spielen, entweder privat oder auch hier für ein offizielles Let's Play, dann geht auf fettspiel-forum.de, meldet euch für den Clan an und dann könnt ihr hier mit Prio 1 behandelt und eingeladen werden. So, das Spiel wird hier gerade noch pausiert. Wir warten auf ein Reconnect. Ob das klappt, steht jedoch in den Sternen. Ich glaube, das wird nicht kommen. I'm not sure, he will be back. Eine Minute wollen wir ihm geben. Na gut, dann kann ich ja diese Minute nutzen, um ein bisschen was über Furion zu erzählen. Denn der Shilomane hat gewünscht, dass ich für die Dota-Nubes und für Leute, die eher League of Legends spielen zum Beispiel, ein bisschen was über die Helden auch erzähle. Und diesmal habe ich meinen Lieblingshelden mal wieder genommen, Nature's Prophet, der bei Dota 1 noch Furion hieß. Und Nature's Prophet ist ein sehr, sehr vielseitiger Held. Also man kann, also er wird auch mit mehreren Attributen getaggt. Er ist unter anderem, ich glaube, jetzt können wir übrigens, bevor ich jetzt erzähle, dass mir hier ein Wolf erzähle, können wir das Spiel eigentlich auch mal wieder fortführen. Ich werde einfach mal ein Continue einwerfen. Ich weiß auch nicht, wie das geht, ehrlich gesagt, dass ich das jetzt selber mal vorschlage. Kann man hier das machen? Ah, da geht es automatisch wahrscheinlich jetzt weiter. Okay. Fünf. Jetzt hat Dennis es pausiert. Ich glaube nicht, dass das noch weitergeht. Also. Ah, tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Der Lone Duit ist noch reingekommen. Also. Fünf gegen fünf. Los geht's. Und. Wir können zocken. So. Ich habe mein Item übrigens noch nicht. Achso. Das, äh, witzige Stachelschwein-Pferdchen, äh, ist irgendwie, was ist das überhaupt für ein, für ein komisches Tierchen? Das, ähm, ist hier gerade noch dabei, mir die Headrests zu erreichen, überreichen. Und, äh, ich wollte gerade dabei ein bisschen was zu erzählen über meinen Helden. Und, ähm, was beim Prophet eigentlich ganz interessant ist, ist, dass, ähm, er sehr vielseitig ist. Also, er wird mit mehreren Sachen getankt. Getankt. Er ist sowohl Junger als auch Pusher als auch Carry als auch Escape. Und in der Tat kann man Fugern eigentlich auf viele Arten und Weisen spielen. Ich mache immer gerne so eine Mischung aus, ähm, Pushen und Support. Also, ich habe jetzt hier zum Beispiel die, ähm, Headrests drin. Das ist eigentlich ein Item, welches auch auf Mecha hinarbeitet. Ein Item, welches für den, äh, Heal einer größeren Anzahl, ähm, Mitspieler am Start ist. Also eigentlich ein sehr, sehr, ein Item, was eigentlich so ein typisches Supporter-Item ist. Das habe ich jetzt hier. Und, ähm, ich pushe ja unglaublich gerne. Also einfach auf den Lanes und immer drücken. Immer wieder die Tower runterreißen hier mit den Treans, was ja eigentlich die Fähigkeit Nummer 1 zum Pushen ist hier für den, äh, Furion. Immer wieder am Start sein und damit weiter drücken, drücken, drücken. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Wir haben jetzt schon hier, ich sag mal, ein Viertel vom Tower eingerissen. Das ist natürlich auch schon mal eine sehr, sehr gute Sache ist. Ähm, und ja, so sieht es mal aus. So spiele ich den am liebsten, den Furion. Aber wie gesagt, man kann ihn zum Beispiel auch als Carry fürs Gangen. Ist ja auch fürs Gangen, ist ja auch richtig gut. Du kannst also mit dem Teleportations-Bell dich irgendwo rein teleportieren und dann den Gegner sprouten. Das ist diese Fähigkeit hier, die, ähm, die umrandet, die umrahmt quasi den gegnerischen Helden mit Bäumen. Hält ihn also fest in einem Baumkäfig. Das ist diese Fähigkeit. Und, ähm, das ist natürlich super, um eine Gang an den Start zu setzen. Also, es gibt echt eine Menge, was man dort machen kann. Und, ähm, nochmal zu den einzelnen Skills, die Spells, die ich habe, die sollte ich ja auch nochmal, wie vom, ähm, Chilloman gewünscht nochmal ein bisschen erzählen. Also, ich habe hier die Fähigkeit, ich habe jetzt auch alle drei, die mir jetzt am Anfang zur Verfügung stehen, auch erstmal geskillt. Ich habe also die Fähigkeit des Nature's Call. Das habe ich gerade gemacht. Das heißt, ich kann mir Bäume holen, hier, irgendwo aus dem Wald, die ich dann zum Leben erwecke. Das habe ich hier gemacht. Dann werden aus diesen ganz normalen, gewöhnlichen Bäumen Treans. Und diese Treans können dann für mich kämpfen. Also, es sind quasi beschworene Einheiten. Und, ähm, die habe ich mir da gerade ins Haus geholt. So, das ist meine dritte Fähigkeit, die hier auf E liegt, die, wie gesagt, hervorragend zum Pushen ist. Dadurch, die Treans habe ich auch wieder mächtig mal, äh, Druck machen können. Hab immer auch einen Überschuss gehabt an Einheiten, weswegen wir jetzt auch schon die Hälfte des Towers runtergerissen haben. Mal zum Vergleich, hier ist es nur leicht angekratzt. Ganz oben sind noch nicht mehr in Richtung des Towers gekommen. Also, wir haben hier schon einen ordentlichen Push an Start gebracht, ne? Shitsi und ich. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, jetzt hat Shitsi gerade nämlich, äh, den Gegner eingefroren. Dann könnte ich mal spouten. Das zeige ich euch mal, wie das geht. Ja, jetzt geht er gerade wieder weg. Spouten ist, wie gesagt, diese Umrahmung, diese Umrandung mit diesen Bäumen. Ein Ring von Bäumen, wie es hier, äh, steht, der um den Gegner herum gebaut wird. So, da habe ich es jetzt mal gemacht. Da seht ihr es. Aber Klings kann sich unsichtbar machen. Das heißt, der entflieht dann quasi einfach die Konfrontation. Das heißt, es ist eigentlich relativ sinnlos, einen Klings zu sprouten. Da gibt es andere Helden, bei denen es mehr Sinn macht. Aber wie gesagt, man kann nicht jeden mit diesem Ring aus Bäumen wirklich ernsthaft gefährden oder Probleme bereiten. Da muss man schon mehr machen. Bei Klings ist es schwierig, weil er sich unsichtbar machen kann. Ganz blöd ist es natürlich auch bei solchen Helden, die sich raus teleportieren können, wie zum Beispiel Anti-Mage. Der verfügt über eine Blinkfähigkeit. Das heißt, der kann dann ganz, ganz einfach sich aus diesem Baumring heraus blinken, heraus teleportieren über eine kurze Distanz. Und dann ist es natürlich sehr, sehr witzlos. Übrigens, auch leider leicht zu kontern, ist das Sprouting, indem man ein Tango benutzt. Und der Turm ist unten. Wir haben ihn leider nicht selbst gekriegt. Er wurde denied, aber er ist down. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben innerhalb von fünf Minuten den Tower runtergerissen. Und das ist eine richtig gute Nummer. Und das ist sehr, sehr schöne Sache. So, kam top. Er braucht Unterstützung oben. Und dann wollen wir das machen. Und dann zeige ich euch gleich mal die dritte Fähigkeit. Das ist nämlich der Teleportationszauber. Ich habe jetzt hier W ausgewählt, habe eine beliebige erkundete Region auf der Karte ausgewählt. Und da kann ich mich dann hin teleportieren. Das habe ich eben gerade gemacht. Und wie ihr seht, hat das auch ganz, ganz gut funktioniert. Der Licht musste sich mal kurz wieder zurückziehen. und ich konnte jetzt hier den Turm deafen. Das hat auch gut geklappt. Und diesen Licht, den kann ich zum Beispiel auch sprouten. Da kann ich einfach mal raufhauen. Und dann bin ich hier oben wieder mit am Start. Okay. So viel dazu. Jetzt gehe ich mal zum Secret Shop. Der Secret Shop ist dieser kleine Laden, der sich hier im Wald befindet. Also auch als Waldshop bezeichnet. Und dort kann man sich Items kaufen. Manche Items, die es nirgendwo anders gibt. Unter anderem auch den Energy Booster. Diesen Energy Booster habe ich mir jetzt gekauft, um mir daraus gleich etwas zu bauen. Es gibt ja, wie bei League of Legends und wie eigentlich dann auch bei Dota 1, damit fing das ja alles an, gibt es die Möglichkeit, aus den einzelnen Items, die es gibt, die Sachen irgendwie auch zu größeren Items zusammenzubasteln. Es gibt also Rezepte und Itemkombinationen, aus denen man größere Items formen kann. Das ist die Geschichte. Und das läuft dann eigentlich ganz, ganz gut, indem man, oh, jetzt aufpasst, denn da kommt gerade Klings und ich muss mich hier mal ganz, ganz schnell rausholen. Ich hoffe, dass Klings mich nicht erwischt, aber der Skeleton King, der wird leider gesterben. Den konnte ich da auch nicht mehr rausreden. und ich teleportiere mich dann mal wieder nach Hause, um mich aufzuhallen. Also, Itemkombinationen. Und, äh, Warum will der denn jetzt aufhören? Okay, er wurde dreimal getötet. Ja, okay, dann, äh, sollte er vielleicht auch etwas defensiver spielen. Wir standen jetzt auch gerade gut drin, aber vielleicht hätten wir auch Miss sagen sollen unten, dass nämlich der Klings... Ja, warum hier zwei in der Mitte sind. Ja, gut, unser Drache braucht eben noch ein bisschen Support. Vielleicht, äh, sollte dann... Damit wir nur eine in der Mitte sind. Ja. Ähm. Ja. Wir sind ein Clan, der natürlich noch etwas neu ist. Ein etwas neuer Clan. Und da gibt es natürlich auch ein paar Abstimmungsprobleme. Und, ähm, wir haben ja auch mit Dennis, äh, jemanden, der jetzt auch die Erfahrung und hat, auch woanders hinzugehen zu können und da zu supporten. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass der Drache, der untote Drache, jetzt nicht zu sehr fiedet, weil er nämlich ganz neu ist. Und deswegen, ähm, hat er natürlich jetzt auch gerade den Support von Dennis gewünscht. Aber normalerweise sollte natürlich in der Mitte nur einer am Start sein. So, ich werde jetzt auch gleich sterben. Außer, oh ja, das könnte gut werden, das könnte gut werden. Nein. Leider hat es mich hier auch erwischt. Und, ja, hat sich hier weiter aufgeteilt. Okay, das läuft jetzt nicht so gut. Es ist auch schon 0 zu 7. Okay, wir müssen hier, glaube ich, irgendetwas ändern. Ähm, vielleicht, okay. Okay, ich habe jetzt mal versucht, die Leute neu aufzuteilen. Denn im Moment scheint das überhaupt noch nicht so richtig zu funktionieren. Ähm, aber schauen wir mal. Also, unser untote Drache ist ja relativ neu hier bei Dota braucht also Support. Von Dennis am besten. Und oben kann aber auch der Skeleton King hier nicht alleine sein. Braucht deswegen die Maiden. Ich glaube, so ist es am besten. Und ich versuche jetzt einfach mal, die Mitte zu retten. Und da bin ich auch schon. Und, ähm, schau mal, ob ich hier das Ganze auch safen kann. Also, immerhin. Gedefft habe ich. Und versuche jetzt, gegen die Templar Assassin die Mitte zu retten. Klings ist auch in der Mitte. Also, die sind hier. Oh, der ist aber auch schon gefiedelt. So ein bisschen, ne. Level 9 auch schon. Und ich bin Level 5 erst. Also, das wird hier kein einfaches Spiel. Das kann man sagen. So, Level 6. Da kann ich euch gleich sagen, was mein, ähm, Ulti macht. Was meine Ulti macht. Die Ulti kann einfach mal gecastet werden. Kann auch gerne auch mal gespammt werden, wenn viele gegnerische Einheiten auf der Map zu sehen sind. Da oben sehen wir jetzt gerade ein paar. Hier auch. Dann machen wir jetzt einfach mal zack. Die Ulti. Und dann kommt einfach diese Gewalt der Natur. Hier, Wrath of Nature kommt, äh, über die gesamte Map. Und, eine Art Kettenblitz, wenn man es so nennen mag. zieht sich dann über die Map und greift alle möglichen Einheiten an. Und damit kann man sehr, sehr schön, äh, Last Hitten und kriegt auch eine Menge Kohle dadurch, wenn man das einfach mal spammt. Deswegen ist es ganz gut, einfach immer mal wieder diese Ulti rauszuhauen, wenn viele gegnerische Einheiten, ähm, am Start sind. So, die Tower habe ich jetzt leider gerade nicht halten können. Das habt ihr ja gesehen. Deswegen müssen wir mal schauen, dass ich jetzt hier wenigstens ein bisschen gegenpusche. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Und da ist auch wie von mir genannt jemand nach oben gegangen. Aber jetzt geht's hier los. Jetzt können wir sehr, sehr schön pushen. Ich hoffe, ich überlebe das auch halbwegs. Aber das sieht nicht schlecht aus, diesen Tower hier runterreißen zu können. Ihr seht es selbst. Ein, zwei Schläge brauche er noch. Dann kann ich mich zurückziehen, was ich auf jeden Fall auch machen werde. Und ja, der zweite Turm, den ich hier bekommen habe. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir dort oben den retten, beziehungsweise auch unsere Jungs. Ah, das ist, glaube ich, nicht mal machbar. Da haben wir auch leider den nächsten Turm. dann auch verloren. ich kriege hier ordentlich auf die Kasse. Wurde aber zum Glück gesaved. Okay. also unteren Turm habe ich runtergehauen, im mittleren Turm habe ich runtergehauen. Jetzt heißt es weitermachen, keine Müdigkeit vorschützen. und hoffen, dass auch meine Teammitglieder ihre Rollen wahrnehmen und vielleicht auch ein paar Kills machen. 0 zu 8 steht es gerade. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Da müssen wir besser werden. Das muss natürlich besser werden. Und dann hoffen wir mal, dass das auch bald schafft. Und ich werde mein nächstes Item bauen, was für den Support und für ein Team, aber auch für das Pushing sehr, sehr gut ist. Und das ist Assort. Assort QS. und ein hervorragendes Item, um richtig gut aufzutrumpfen. Oha, da ist der Lich mitten im Walde. Ich habe so ein bisschen Angst hier, ehrlich gesagt. Ich will hier nicht als nächstes dran glauben. So, ich werde ihn mal so ein bisschen zaghaft anpushen. Hoffen, dass jetzt nicht jemand irgendwo hier im Wald lungert und darauf wartet, mich zu töten. Aber wir haben unseren ersten Kill gemacht, wie ich sehe. Boom ist tot. Ich habe jetzt leider nicht mitbekommen, wer den Kill gemacht hat. Aber es war Dennis. Na, siehste. Dennis, auch ein alter Dota-Hase. Kennt das Spiel auch sehr, sehr gut. Und sehr, sehr schön, dass er hier auch mal seinen Mann stand und einen Kill gemacht hat. So. Hier komme ich gerade nicht groß weiter. Ich kann mal hier hin, da weiter pushen mit dem Skeleton King. Das Schöne ist an Furion, weswegen ich auch am liebsten mag, dass er sehr, sehr mobil ist durch seine Teleportationsfähigkeit. Ich kann immer wieder dahin und dahin, kann hier pushen, da pushen. Das ist natürlich eine super Sache und macht das Pushen, macht dann dadurch natürlich noch mehr Spaß. Man hat auch viel, viel mehr Möglichkeiten, hier taktisch zu spielen und immer die Leute auszukontern und ins Leere laufen zu lassen. Gibt viele tolle Sachen, die man machen kann als Prophet. Und da bin ich immer gerne dabei. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Aber das scheinen nur Illusionen zu sein. Da sind nur Illusionen. Illusionen kriegt man ja durch die Runen. Oh, das ist schlecht. Hier ist gerade die Templar Assassin auf dem Weg und die kann ich... Oh, jetzt habe ich mich gerade selbst gesproutet. Ah, fuck. Hätte mich beinahe noch teleportieren können, aber das hat auch nicht mehr geklappt. Ja, das war nicht so gut, aber die ist auch schon leicht zu stark, finde ich. 6 zu 0, 7 zu 0 Kills, die ist schon leicht gefeedet. Die kann ich in einem One-on-One auf jeden Fall überhaupt gar nicht mehr irgendwie herausfordern und mit dem Untoten Drachen leider auch nicht gemeinsam, da der hier mit 0 zu 5 auch sehr, sehr schlecht gerade dabei ist. Es ist also nicht so leicht. Ich muss eigentlich solche Begegnungen auf jeden Fall versuchen, diese zu meiden. Tja, mal schauen, ob mir das gelingt. So, ich habe jetzt auch mal Wards geholt. Die Sentry Wards sind ja dafür da, Unsichtbarkeit aufzudecken. Das heißt, sowohl gegen Klinks eine gute Nummer, als auch gegen die Templar Assassin, die sich auch unsichtbar machen kann. Die macht sich jetzt übrigens auch schon wieder auf den Weg zu mir. Jetzt muss ich schauen, wie ich jetzt hier rauskomme aus der Nummer. Am besten verstecke ich mich hier und sage nichts. Und ihr verratet auch nicht meine Position, okay? Jetzt kann ich hier mit meinen Treans noch weiter pushen. Also die Templar möchte ich nicht meinen. Ich werde mich dann gleich am besten weg teleportieren und diesem Teamfight hier joinen, denn dort scheint ja ordentlich Rums zu sein. Immer die Ulti, weil alle gerade sichtbar sind. Kann man da bestimmt den einen oder anderen noch was mitgeben. Und jetzt teleportiere ich mich mal hier hin und schauen mal, dass wir top pushen. Denn da steht noch ein Tower und da gibt es noch Messerarbeit zu erledigen. Also los geht's. Oh ja, den Licht, den können wir spouten. Der ist weg. Dennis hat ihn getötet. Da der Blumast. Oh man, man, man. Der müsste eigentlich auch noch sterben. Kriegen wir den noch irgendwie klein? Teleportiert er sich gerade? Ist er weg? Wo ist er denn? Hat er sich gerade versteckt? Na ja, da ist er. Ah. Das ist bitter. Den kriegen wir nicht mehr. Aber gut, alles klar. Dafür ist der Turm weg. Und das ist auch mal eine gute Nummer. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Fronttürme der Gegner erledigen können. Oha. Und Dennis muss aufpassen, denn gegen die Templer ist eigentlich kein Kraut gewachsen. Und ich pushe mal ein bisschen weiter. Da werde ich mich am besten gleich noch verziehen in die Midlane, denn hier stehe ich ein bisschen gerade zu sehr auf dem berühmten Präsentierteller. So, hier die Chainmail. Nächstes Item für The Sword. Und weiter pushen in der Mitte. Und wie ich es gesagt habe, da oben hat sich schon jemand bemerkbar gemacht. Also man darf auch nicht immer zu weit rausgehen. Das kann oft sehr gefährlich und ungemütlich werden. So, die gehen auch mal hier hin und dann werden wir gleich mal vielleicht nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch durchpushen wollen. Na gut. Ich werde hier vielleicht auch schon mal... Ah, ich habe ein Wort viel zu weit gesetzt. Scheiße. Ja, und hier holt mich auch noch jeder raus. Also, abhauen, abhauen, abhauen. Hier ist nichts mehr zu holen. Habt ihr das gesehen? Und ich da... Oh nein! Unheberbohren. Oh Gott. Ja, okay. Das war der schlechteste Teleport aller Zeiten. Ah. Es wird gerade leicht Noob-Action-technisch, was hier passiert. Kein gutes Spiel. Immerhin bin nur ich gestorben. Unten, durch Dummheit und der Drache mal wieder. Und im gegnerischen Team sind auch zwei da. Und unter anderem auch die Templar. Und die hat auf jeden Fall auch mal einen Tod verdient. Das ist keine schlechte Sache. So, ich bin auch gleich wieder da. Mein dummer Ward-Kauf ist hoffentlich vergessen. Kann ich eigentlich auch ein Town-Portle benutzen? Ja, ich kann also quasi wirklich ein Mars-Teleport machen. Ja, leider ist jetzt Bone wieder unsichtbar. da kann man nichts mehr machen. Wir müssen weiter darauf hoffen, dass er in eine Erscheinung tritt. Ich kann jetzt auch schlecht alles mit Wards zuflastern. Oh. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Master of Dota möchte einen Gemstone kaufen. Gemstone, Gem of True Sight ist ein Item, welches, da sehen wir es hier, Gem of True Sight, welches unsichtbare Einheiten aufdeckt, die immer in der Umgebung quasi da sind. Das heißt, Wards, das ist ja die eine Möglichkeit, unsichtbare Einheiten aufzudecken, sind ja sehr stationär. Die gehen ja einfach nur, die funktionieren ja nur, wenn man hier zum Beispiel ein Ward setzt. Ich mach das einfach mal und dann, oh, hab ich gleich übrigens jemanden gefunden. Ah ne, doch nicht. Ähm, das ist ja der untote Drache, hat sich hier nur gerade dort rein bewegt. Ähm, und dann entdeckt man die unsichtbaren Einheiten nur in der Umgebung des Wards. Beim Gem ist es so, dass man die zwar auch nur in der Umgebung aufdeckt, aber in der Umgebung des Spielers, der das Gem trägt. Und das ist natürlich ne gute Sache. Ne schlechte Sache ist, dass ich jetzt gerade wieder gegankt werde und auch keine Chancen habe, da rauszukommen. Ähm, ja. Also, äh, vergibt mir mein Spiel. Ich erzähle vielleicht gerade ein bisschen zu viel und konzentriere mich zu wenig aufs Spiel. Auf jeden Fall war das keine gute Aktion. Wie auch immer sind wir hier gerade mal wieder gestorben. Ähm, na gut. So sieht's aus. Don't split unless you are Prophet. Dennis schickt ein paar weise Worte in den Chat ein. Tja. Oh man, jetzt sind wir auch schon weiter. Level 15. Level 10 gerade mal. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja. So. Und ich versuche da mal weiter immer wieder oben, unten, überall zu pushen, wo es geht. Immer wieder gegen zu halten, gegen die Creepwellen, die ja unaufhaltsam sich hier fortbewegen. Das Dumme ist halt nur, es macht natürlich immer Spaß, dieses Pushen, hier und dort. Das Problem ist halt nur, wenn dann die unsichtbaren Einheiten kommen und mich dann da rausziehen, dann habe ich genau die schlechteste Methode und auch den schlechtesten Helden dafür. Deswegen werde ich mich auch mal wieder hier in einen Teamfight begeben. Mal schauen, was ich hier regeln kann. Dennis hat einen Megakill. Das ist gut. Dennis ist also gerade in bester Killlaune und das ist auf jeden Fall auch das Richtige, denn so jemand können wir jetzt gebrauchen. Läuft der Moment gar nicht so gut. 7 zu 16. Ich mache auch kein gutes Spiel. Immerhin habe ich maßgeblich dazu beigetragen, diese drei Türme runter zu reißen, aber mit 0 zu 4 habe ich leicht zu schlechte Statistik, selbst für einen Supporter-Pusher und ja, deswegen ist gut, dass Dennis hier gerade sehr, sehr gute Akzente setzt. So, hier ist der nächste Teamfight. Ich laufe hier einfach mal weiter, bis ich mich teleportieren kann. Da kann ich mich hierher helfen. Maiden gerade Ulti gesetzt. Licht halbtot. Dennis killt da nochmal. Vielleicht kriegen wir hier sogar die Templer mit den Gemstorm. Da müsste sie doch eigentlich zu erreichen sein. Hier irgendwo und dann kann ich da vielleicht nochmal Squad setzen. Zack und Maiden hat sie getötet. Sehr, sehr schön. Das war nochmal eine Aktion, die sich hat sehen lassen können. Zwei von dem gegnerischen Team sind tot. Das war auf jeden Fall gut gespielt. Wir können uns ja auch mal motivieren. Wenn es mal gut geht, dann sollte man das auch nicht verschweigen. Das ist doch eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Und jetzt können wir vielleicht hier nochmal ein bisschen weiter gehen, ein bisschen weiter schauen, ein bisschen weiter anklopfen. Auf jeden Fall noch eine ganz, ganz gute Ausgangslage. Gerade Bone und Templer, gerade die beiden unsichtbaren, gerade die beiden schwierigen gegnerischen Helden sind jetzt gerade ausgeschaltet. Da heißt es eigentlich weiter pushen. Da müssen wir überhaupt gar nicht irgendwie uns jetzt weiter verstecken. Hauptsache, dieser Tower geht vielleicht auch noch down. Jetzt wird aber gerade verstärkt und der Boommaster kommt auch schon wieder. Hat sich da gerade hingedäckert? Habe ich das richtig gesehen? Ah! Und ich bin gerade mal wieder ganz, ganz draußen. Müsst jetzt einfach jeden Fall mal aufpassen. Da kommt auch schon Dennis will uns abholen. Das Bärchen ist auch schon unterwegs. Dennis kann sich da auch gerade kurz fortbewegen. Okay, da heißt es auf jeden Fall gibt es eigentlich kein Danke hier. So hat es auf jeden Fall geklappt. Okay. Puh! Das war knapp. Das hätte auch böse, böse enden können. Aber da wurde ich ganz, ganz gut rausgezogen von meinen Leuten. Und ähm... Ja! Wo kann ich jetzt pushen? Vielleicht hier oben? Schauen wir mal. Einfach mal wieder ein paar Treans auf die Lane schicken. Die dort Stress machen. Und gegenhalten. Aber jetzt, ihr seht es in der Mitte, da passiert was. Da musste ich mich als nächstes mal hinbewegen. Und da kommt auch gerade jemand im extremen Schnelldurchlauf zu mir. Das heißt, äh... Ich verkrümel mich mal kurz, warte auf den Teleport und schaue, was hier passiert. Und leider, ähm... hat sich ein Gegner in den Blutrausch versetzen können. Jetzt können wir vielleicht mal Kings machen. Schafft er es nochmal, der Skeleton King mit einmal? Nein! 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 Oh mein Gott! Ein Schuss noch! Das hätte es doch alles gewesen. Kann ich da noch hin? Ich kann mich jetzt nochmal vielleicht einen Teleport hinbewegen. Aber nein, da ist nichts mehr, was man dort kriegen, abstauben könnte. Schade, schade. Das war echt knapp. Aber gut. So ist das Leben. Und jetzt heißt es aber weiter weitermachen. So, ich kann mir gleich den Hyperstone holen. Der verdoppelt mein Angriffstempo und ist auch Bestandteil des großen Assort Master Planes von meinem Item. Und genau, da werde ich jetzt einfach mal schauen, dass wir irgendwie dahin kommen. So, der Main hat uns Observer. Hat denn überhaupt das Skeleton King noch Gem? Ja, hat noch seinen Gem. Denn, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, Gem geht weg, kaputt, wenn man, also kaputt nicht, aber es wird gedroppt, wenn man stirbt. Und das ist natürlich eine Sache, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ja, aber hier sterbe ich gerade leider im Teamfight. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Aber Dennis ist jenseits von Godlike, ja? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? 11 zu 0. Dennis also Man of the Match. Und das ist doch mal eine geile Nummer. Und Dennis gibt nicht auf. Gibt jetzt auch nochmal dem Brewmaster die richtige Packung. Ein Schuss, ein Schrei und das ist das. 12 zu 0 für Dennis. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Nice, nice, nice. Dennis rettet hier quasi das gesamte Team. Und ihr seht es ja auch schon, dass hier drei Viertel der Kills auf seine Kappe gehen. Das ist schon eine ordentliche Nummer. So, ich bin immer noch tot, bin aber gleich wieder da. teleportiere mich dann mal zum Secret Shop, um mir das Hyperstone-Dings zu holen. Das habe ich jetzt. Und Master of Dota drängt auf ein schnelles Spielende, denn er möchte wahrscheinlich bald lieben können. Das ist ja nicht so ohne weiteres möglich. Nicht ohne Sanktionen. Deswegen möchte das Spiel schnellstmöglich mit einem Sieg beenden. We have to finish. Ah gut. Wenn es jetzt weiter so läuft, dann könnte das vielleicht sogar klappen mit dem Sieg. Ich meine, wir haben ja sehr, sehr schlecht gestartet, was die Kills anbelangt, aber mit den Thürmen sieht das immer noch besser aus auf unserer Seite. Und Dennis dreht hier gerade voll auf und wird imber. Also von daher sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Es könnte also tatsächlich eine Win für uns werden. Hoffen wir es. Oh. Leider haben die Gegner gerade Roshan gemacht. Das ist nicht so gut. Roshan, der Übercreep, das Monster, welches ein Egg is of the Immortal droppt. Ein Item, welches einmal frei sterben gewährleistet. So. Und ich teleportiere mich jetzt in die Mitte. Denn dort wird mein Typ verlangt. All mit. Na dann. Geh mal rein hier. Boah. Ich bin gerade gesilenced. Das ist nicht gut. Und ich habe gerade die Hälfte meiner Lebensenergie verloren. Das ist auch nicht gut. Aber ich bin noch am Leben und das ist gut. So. Ein bisschen Deffen hier. jetzt kann ich auch ein paar Bäume entstehen lassen. Die sind auch immer gut. Ein bisschen voranzukommen. Einmal die Ulti-Spammen für die Top und Bottom Lane. Oha. Jetzt beginnt aber das große Killen in den Woods. Da ist die Templar Assassin. Kriegen wir sie klein. Haben wir einen Gem eigentlich immer noch? Ja. Da. War sie. Und tot ist sie. Sehr, sehr gut. Das hat ganz gut geklappt. Der untote Drache pusht. Ah ne. War nicht da gerade um? Ach, dann wird getötet. Leider von Kling's. Nein. Also. Top Lane steht wieder Babu sich da. So. Ich pushe mal weiter. Ich kann mir schon das Assort Rezept welches alle Einzel-Items miteinander verbindet kann ich mir schon besorgen. Und jetzt pushen wir mal hier den Mid-Tower. Der Base. So weit sind wir schon und das ist doch mal eine gute Nummer. Oh, oh. Da ist gerade Kling's gekommen. Aber. Da. Kriegen wir den Tod? Kriegen wir den Tod? Kriegen wir den Tod? Das ist die Frage. Komm schon. Das muss doch machbar sein hier. Jetzt ist hier gerade irgendwie große Rückwärtsbewegung. Wir müssen uns hier mal retten. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht könnte ich jetzt sogar nach rechts gehen. Die klären hier weiter die Mitte und ich push jetzt mal hier weiter. Da gibt es nämlich auch noch einen Tower. Den es zu erledigen gilt. Oh, und der hat ja fast keine Energie mehr. Also den nehme ich jetzt noch mit. Komm, wer was wolle, der gehört mir. Jawohl. Nature's Prophet hat einen Turm zerstört. Das lese ich am liebsten. Das ist meine Push-Geschichte. Die Frage ist halt nur, ob ich jetzt das hier noch überlebe. Ja. Also, auch Eiskalt teleportiert. Und ich habe Assort QS. Eine Assort Aura. Die Angriffstempo-Bonus-Rüstung. Rüstungsreduzierung der Gegner. Alles macht Angriffstempo-Rüstung. Tolles Item. Schön, um auch immer beim Pushen oder auch bei Team Files den Leuten den gewissen Boost zu geben. Sehr, sehr schön. Und damit ich auch mal vielleicht in die vierstelligen Bereiche meiner Lebensanzeige komme, werde ich mir jetzt einen Point Booster holen. Und den werde ich dann mit dem Vitality und dem Energy Booster verbinden zu einem Soul Stone heißt der Wort. Soul Booster. Soul Booster natürlich. Das sind diese drei Items zusammen mit werden zu einem Soul Booster. Kann man sogar zu einem Blood Stone erweitern, wenn man noch einen Perseverance reinmacht. Also mehr Regeneration, mehr Lebenspunkte, mehr Mana-Punkte, all das steckt da drin und genau das will ich jetzt haben. Hab jetzt auch immerhin 1186 Lebenspunkte statt 900 Patch wie eben. So, jetzt bin ich Oma wieder gerade ein bisschen am Start. In der Mitte ist die Maiden unterwegs und hat Templar Assassin getötet. Und wir haben erstmalig die Nase vorn. 23 zu 22 Dennis jenseits von Godlike. Die Maiden hängt hier auch richtig sich richtig in Zeug. Das ist einfach geil. Da stehen wir jetzt richtig gut da und oha, Mast of Dota ist gerade AFK und ich gehe mal wieder auf die Bottom Lane und push da weiter und Dennis kriegt sie alle. Guckt euch das mal an. 16 zu 0. Absoluter Wahnsinn und ja, das kann gerne so weitergehen. Dennis, unser Carrier als Outworld Devura und sehr, sehr schön macht das seine Sache. So, jetzt wollen er sich glaube ich den Brewmaster schnappen, der ja mal ein Warcraft Panda war, da jetzt aber Dota nicht mehr in der Warcraft Welt zu Hause ist, kann es jetzt kein Panda Bärchen mehr sein. Hier wird weiter gepusht und die gehen hier auch wieder mal an die Base nagen an dem Tower also das läuft hier richtig gut an allen Lanes haben wir die Nase vorn. Ups, ich müsste hier eigentlich mal meine Ulti so, vor dir habe ich Angst und da gehe ich mal zu meinen Jungs in die Mitte vorher noch am Secret Shop der Dyer ein Energy Booster abstauben für mehr Mana Kapazität jetzt bin ich da. So, schauen was machen wir hier sind zwei Traps von der Templar vielleicht mal ein paar Treans vorschicken Mal gucken was der macht seine Ulti splittet sich auf in drei kleine Einzelexistenzen Wer hier noch durchblickt der hat's gut aber ich hab meinen ersten Kill gemacht Juhu Klinks abgestaubt der hier gerade irgendwo unterwegs war und auch meinen fünften Turm oder so zerstört also das hat bisher ganz ganz gut geklappt und wir kommen jetzt hier großartig rein in spiel und ich habe jetzt noch mal ein paar weitere Treans erzeugen lassen hervorragend die Mitte ist durch gepusht wenn man so will der Tower ist weg und die beiden Kasernen auch das heißt wir haben dort schon die Mega Creeps auf einer Seite so jetzt heißt es die wollen wir auch auf die anderen Seiten das heißt wir müssen jetzt mal top pushen da geht es weiter und als erstes den Tower holen da kriegen wir schon wieder Besuch egal wir lassen uns hier nicht mehr von unserem Run abbringen von unserem Sieg lassen wir uns nicht abbringen wenn ich hier gerade ordentlich einstecken muss ist hier sehr die Templar Assassin die habe ich jetzt auch gepompt nicht gerecht all das Leid was sie mir zugeführt hat oh Gem ist da noch am Start das sollten wir auch noch weg machen oh und da ist auch schon das nächste Opfer Leute Leute das sieht sehr sehr gut aus ich hätte nicht gedacht nach diesem sehr behäbigen Anfang dass wir das hier so gut durchziehen natürlich ein großes Dank an Dennis der hier eine ultrageile Leistung an Start gebracht hat aber ich würde auch sagen das ist eine Teamleistung jeder hat hier seinen Beitrag geleistet Dennis hat sie alle gepompt Maiden also Schizzi hat auch noch sehr sehr stark gespielt und ich habe und ich habe ordentlich gepusht und natürlich war auch unser Gem Carrier Master of Dota ja maßgebend daran beteiligt und auch wenn der untote Drache natürlich mit 1 zu 12 jetzt hier auch die schlechtesten Stats hatte trotzdem man braucht auch einen fünften Mann und jedes Team ist ja auch nur so stark wie das schwächste Glied seiner Kette und immerhin war unser Team stärker als das andere das heißt auch der untote Drache hat seinen Beitrag geleistet dass wir hier einen Sieg erringen konnten 37 Minuten Spannung sind vorbei good game sehr sehr geil sehr schön wie das Ganze hier ausgegangen ist das freute mich doch über alle Maßen und hier sehen wir nochmal die Punkteübersicht die Items werden verteilt an die jeweiligen Mitspieler und Dennis kriegt hier auch etwas ich kriege das gleiche Item Emeralds Pulled Account Collection sehr schön ja das waren die Punkte das war das Spiel ich hoffe es hat euch gefallen ihr hoffe ihr wollt mehr sehen und das gibt es nach 50 Likes bye